hallo und herzlich willkommen zu einer neuen aufnahme meine güte wann lerne ich das mal eigentlich zu krücken tag 24 im neuen restaurant ist auch noch ein bisschen aufgewertet ist das und jenes und so und ab tag 25 ich muss sagen das neue region gefällt mir bereitet hier ist bezahlgericht zu ok und das gericht und neue bombeladen auswahl das ist okay zwei mal mitnehmen können mhm kommt so fort natürlich Oh, diese Hände sind so lecker aus, ey. Jo, kommt sofort und das hier will er auch. So Leute, ich weiß, dass ihr auch Hunger habt, aber schneller wird's dadurch auch nicht. Oh. Ein Blaubeer-Pudding. Oh, aber gerne doch. Oh. Hä? Was den das da haben? Ähm. Oh, jetzt ist aber doch so langsam. Ach, vielleicht zweimal besser. Äh, wer war denn zuerst da? Da sollte er alles mitnehmen. Ach gut, wahrscheinlich einen Nebenklick. Das gleich dreimal. Ja, ja. Glückwunsch. Ich finde den Restaurantleiter hier noch ein bisschen, äh. Harus in seiner Wortwahl. Muss ich zugeben. Einmal, zweimal. Käse. Ach, gewünscht man so ein Erdbeer. Ja. Oder doch das? Ich weiß es nicht. Ah, es war doch das gewesen. Ich weiß es nicht mehr, was ich für kenne will. Aua. Mögen. Uff. Hahaha. Uff. Copied Levels on Gold. Ok. Euer Rumsach bekommen. Nun, ähm, dann erhöhen wir hier mal auch die Schlagzeile, wo ich sah. Ich hab's nicht verbessert. Fug! Gut. Lässt sich nicht ändern. Lässt sich nicht ändern, dass wir noch nicht sagen können. Zwei. Das ist doch kein Vorbild, wenn man rauszahmen kann. Das ist doch kein Vorbild, das ist doch kein Vorbild, das ist doch kein Vorbild. Das hab ich natürlich hier, ne? Äh, Käse. Äh, das ist doch. Und einmal Pudding. Kommt sofort, Leute. Das ist doch kein Vorbild, das ist doch kein Vorbild. Da hab ich uns tatsächlich ein Pudding gemacht, den ich nicht machen brauchte. Das ist doch kein Vorbild, das ist doch kein Vorbild. Entschuldigung, wenn ich jetzt keinmal ein bisschen schneller bin, aber... Die Konzentration ist gerade angesagt. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, Stress, 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 Stress! Und das ist doch kein Vorbild. Du bist doch ein Vorbild. Oh Oh He? 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 Fuck Komm jetzt gerade total auf den Tritt Oh das ist ungeil Oh Leute Oh 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 Hey ich hab doch noch eins gemacht Oh jese Fuck Belastend Ja gut Tilda hab ich jetzt mal nicht erreicht Die 3300 hab ich auch nicht erreicht Es ist so belastend in dem Level gerade Eieieieiei Eieieieiei So machen wir den schneller Aber Ich glaube ich das kann ich jetzt gerade nicht aufwerten Ich kann hier gerade nichts aufwerten hier gerade Aber besser als nichts Aber besser als nichts Ich hab am nächsten Level 4000 Gold Ja Sonst noch irgendwelche Wünsche Diese Doppelbestellungen Hä ich hab doch ihr doch gegeben Ich glaube es ist hart Oh da fehlt auch was Nein 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 Roboter So ein Arsch Ich hab doch Doppelbestellungen 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 Bunche ido Doppelbestellungen Doppelbestellen Hallo, das geht zu ihr. Oh, uff. Oh, ich muss sie gerade so zusammenreißen, gerade. Ach, das habe ich schon fertig. Oh, ich habe das schon wieder genommen, was ich nicht nehmen sollte. Oh, so schlecht war das gar nicht. Ja, 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 ja. Oh, der Herr ist ja hier kein D zu. So. So.